Ihr habt nichts gesehen. Und jetzt knall ich wieder da rein. Guck mal, hä? Dem passt doch alles vorn und hinten nicht, ne? Guck mal, kann ich jetzt hier rin oder was? Machen wir mal die Tür? Ich kann jetzt einfach... Man, der fährt aber auch wie scheiße, muss ich auch sagen. Jetzt steckt der... Ja! Soll ich jetzt da oben den Unterricht machen? Ich verstehe ja auch nichts mehr. So. Gut, jetzt müssen wir doch nur mit dem Quatschen hier. So. Wir brauchen einen Führerschein. Verpasst ja. Ich spreche mit dem Malik. Weißt du was? Wenn wir schon mal dabei sind, ne? Dann fahren wir auch mit dem Trainingsauto zu Malik und quatschen dann mal mit dem. Ich meine, wenn uns das Auto schon zur Verfügung steht. Mann! Ja! Ja, du. Ich... Ja, du. Junge. Ich fahr nur wie jeder andere hier, ne? Ich fahr nur wie jeder andere. Scheiß, Dreck! Na, ob das was wird, Junge. Ein bisschen laut gerade hier. Wow. Ist ja gut. Oh, halt doch mal an, Junge. Ey, die Bremsen hier sind aber auch furchtbar. So. So, Ego-Perspektier. Lass mich mal raus. So, wir holen mal kurz deine Zwilling-Schwester, ja? Kein Problem. Geht ihr auch ein Simulator? Wo ist Malik hier? Du bist doch die Lehrerin eigentlich. Malik, wach auf, Mann. Wach auf, du Kröte. Ja. Ja, ihr braucht einen Führerschein. Clara, Allah kann dir helfen. Clara. Clara. Clara! Komm her, ihr. Ja. Hatten wir schon. Auf hat's da. Ich muss noch mal kurz duschen. Alter, ich geb ab. Nischt hält mich am Boden. Komm, wir fahren, wir... Ich fahr dich zurück zur Fahrschule, ja? Der Pferd ist ja vorbildlich. Bei mir haben wir das Spiel völlig die Bugs ausgenutzt, ne? Komplett von vorn bis hinten. Ich fahr hier schon mit dem Auto rum, obwohl ich noch gar keinen Führerschein hab. Die Alte sitzt schon drin. Was ist das für ein lustiges Spiel? Das ist der Beach Club Simulator, wo ich doch ne, äh, ne Folge von gemacht hab. So, wir parken dann mal ordentlich ein. Denn es geht nicht in den Laden. Alter, die Bremsen sind wirklich der letzte Scheiß. So, lass mich hier. Bitte. Bitte, raus. So. Oh, komm mal her. Schade. Aber trotzdem müssen wir bezahlen. Ja, geh mal her. Aber ich hab da... Ja, gut. Sonderpreis. Oh, nie weniger. Jetzt gehen wir da wieder hoch in die Fahrschule. Gehen Sie in Ihr Klassenzimmer. Jetzt wird gelernt, meine Freunde. Zwei und zwei macht vier. Drei und drei macht sechs. Um ins Auto zu steigen, drücke die scheiß Ego-Perspektive-Taste, Maus und Leertaste und dann steigst du hin und dann gehst du wieder raus. Ich bin's, die jute alte Clara. Ah, ja. Komm, lass uns fahren, man. Clara. So, wunderbar, dass du mich rausgeschmissen hast. Sehr schön. So, gehen Sie in Ihr Auto und fahren Sie durch die Kontrollpunkte. No problemo. Nichts leichter als das. So, und los. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, ne? Läuft eine Zeit. Geh weg, Mann! Wer läuft denn mitten auf der Straße? Scheuert da. Ich will doch eigentlich nur... Ey, ich will doch nur meinen Beach Club. Was soll denn, das? Wirklich? Muss ich die jetzt zum Supermarkt fahren, oder was? Wo geht's denn jetzt lang? Äh, ich bin mir nicht sicher, Clara, ob wir hier lang dürfen. Zack, abgehoben. Total abgehoben. So, sind wir fertig? Du hast die Lizenz bekommen, sprich mit... Ich mag das Lied. Du hast die Lizenz bekommen, sprich mit Cale. Nicht so ungut, aber ich nehm die Karre, ne? Ganz klar. Ich fahr weiter mit dem Ding. Mann, Junge, Alter. Wen interessiert's denn, ob ich, äh... Ob ich hier mit der Trainingskarre fahr oder nicht? Ist ja nicht so schlimm. So. Ego, raus, zack. Wir sind wir. Calee! Oh, Calee! Was ist mit dir? Mit dir will ich nicht quatschen. Calee, was... Calee, hast du harten Stuhlgang? Wird es eine Veto-Wurst? Mann, Calee, Alter. Bring mich mit dem Auto meines Vaters zum Einkaufen. Natürlich, Prinzessin. Du bist ein Arsch! Gibt mir ewig Zeit. Wo ist die Karre von deinem Vater? Wo die Karre ist? Hier in der Jeep oder was? Na, war ja klar. War doch klar. Weil jede Karre hier hat... Jeder hier in der Town hat ja hier... Hat ja irgendwie ein Jeep. So, lassen wir hier raus. Wer, Mann, hier hat nicht irgend so ein Fahrschuhfahrzeug zugeparcht. Ah, schön, ja, schön. Ah, ja. Ja, Calee, wenn du mich nicht ablenken würdest... ...dann wäre ich da auch nicht gegengefahren. Wo fahren wir jetzt eigentlich hin? Die wollte doch zum Supermarkt, oder? Ist der gegen mein Auto gefahren? Also nicht meins, das ist der das vom Bürgermeister. Du bist am Arsch, Junge! Wenn der Bürgermeister nicht rauskriegt! Hey, Kleiner, wo willst du hin? Lass mal die, äh... ...die Tochter vom Bürgermeister in Ruhe. Oh, was ist los hier? Wieso kann ich denn jetzt nichts mehr auswählen? Ach, ich wollte gerade sagen. Hat dir diese Kleidung gefallen? Nächste! 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 Ach, dann lass das Kleid an! Bring Cady zurück zum Rathaus! Na, nichts lieber als das. Junge! Hat der... Hat der da wieder eben plattgefahren? Guck mal, der Kleiner aus dem Laden! Der hat den Kleiner aus dem Laden plattgefahren! Mann, ey, da... Bist du auf der Gamescom dieses Jahr, der? Äh, nein. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Mann, wer hat denn die Fahrstuhl... Ist ja in Ordnung! Hallo? Wieso... Wieso kann ich jetzt das Auto nicht mehr bewegen? Du, ist das mein Problem? Ganz ehrlich. Du, ist doch die Karre vom Bürgermeister. So, wie sieht's denn jetzt aus? Sprechen Sie mit dem Bürgermeister? Jetzt krieg ich wieder Kohle von den Juden Big Papa! Hau, komm mal her, hier. Hallo? Wie geht's dir? Ja, hier ist die Gebühr. Ein Honi? Der gibt mir mal mehr! Da steht immer ein Honi und ich bin auf einmal 200 reicher. Was soll denn das? Muss ich mit dir nochmal quatschen? Ne, sprich mit Kayleigh. Schon wieder? Was will die denn andauern? Was ist denn mit dir? Krieg nicht von dir auch noch was? Wie kann ich Ihnen helfen? Ich suche noch einen Job. Wie viele Karrierepunkte habe ich denn? Warte mal. Auf. Sechs Punkte habe ich! Willst du mir verarschen? Gib mir einen anständigen Job. Hey! Hier, Reiseleiterbedarf. Karrierepunkte 80. Ne, dann bleibe ich doch lieber bei, äh, hier. Olle Bürgermeister und seine, seine Tochter. Die geben mir mehr. Mann, wer hat den denn da hingestellt? Lass mich mal... Hallo? Wieso geht denn die Tür jetzt nicht auf? Hallo! Ich will da rein! Ey, ihr wollt mich doch verarschen, ne? Jetzt habt ihr mir das abgesperrt, oder was? Und die geht noch auf. Warum? Oh, ich kann ihn auch bewegen. Du kannst mir sowas von am Arsch lecken, Böe, Herr Meister. Den nehm ich mir. Mann, ey. Ja. Jetzt wollt's aber die Versicherungssumme haben. Ich hab die ja nie berührt. Die ist aber auch mir gefallen. Ja, guck mal, Malik. Guck mal. Guck dir das an. Junge, ich bin hier ein Tag, zwei, drei maximal. Hab die Karre vom Bürgermeister, hab seine Tochter in der Angel. Und du, du bist hier 30 Jahre und hast nichts erreicht, du Pfeife. Du lebst hier oben. Ab! Wer klingelt hier von der Seite? Ich bin gerade dabei, Malik fertig zu machen. Oh, scheiße. Ist aber auch schon spät, ne? Ist schon zwei Uhr morgens. Sommerlicher Vogel hier, Switcher. So, jetzt penne ich erstmal. Jetzt wird aber durchgepennt. Oh, wir pennen erstmal bis Zähne. Die brauchen wir in den Schlaf. Irgendwie hab ich das Gefühl. Die, die bleiben für immer wach. So, jetzt sind Cyborgs. Wunderbar. Ich sag immer, nichts Mobbing ist keine Lösung. Ich mobb hier gar keinen. Damit er mal klar ist. Ingo, da musst du, Ingo, da musst du gleich sagen, es wird die ersten Hitwart auf den Tisch kommen. Jetzt machen wir mal Platz da. Sag mal. Duschst du die ganze Nacht durch, oder was? Ich will jetzt auch mal da ran. Mach Platz, Mann. Ehrlich, und jetzt fress ich einen Burger. Es gibt nichts Schöneres als so ein Frühstück. Nicht Schöneres. Guck mal, hier. Ham, ham, ham. Drei Bissen, der Ding ist weg. Ich bin frisch geduscht am Wasserfall. Ich meine, ganz ehrlich. Ich hab die Karre vom Bürgermeister. Kann hier richtig ihn auf dicke Hose machen. Du, ich hab ein Leben. Das ist der Paradies. Das ist der real Paradies. Eis. So, hier. Der hat doch Dampf, ey, unterm Kessel hier. Habt ihr die Karre vom Bürgermeister? Ich kann ihn parken, wo ich will. Der ist hier ja mal klar. Habt ihr ihr alles im Griff? Bewegt ihr euch auch mal? Okay. Ey, Kaylee. Und wir haben Zeit. Komm. Ich hab eine Überraschung für dich. Treffen sie mich um 20 Uhr im Hotel. Uh, okay. Ich kann es kaum erwarten. Wieso, was soll ich denn jetzt so lange machen, Mann? Was macht der da? Was macht der Jute Bürgermeister da, hä? Wollt er sich da gerade was auf den Tisch legen? Guck mal. Entzugserscheinung. Hm. Na gut. Wo ist das Hotel? Was ist denn jetzt, hä? Halt hier wieder das Falschhütte, hä? Hä? Ach, das ist hier hinter uns, ne? Da ist das Hotel. Mike, fahr mal Papis Auto da hin. Was geht denn jetzt an? Verdammte Kacke, worüber schreibt jeder im Chat, ihr Wahnsinn? Ach, das ist das Hotel, hä? Hä? Ich dachte, das wäre ein Fitnessteil. Das ist das Hotel. hallo ist hier wir ach natürlich was sind denn die für tore hier hey macht das wieder auf natürlich ein jeep hier natürlich ist ein jeep hier oben was soll es auch anders sein in der stadt gibt es nichts anderes außer jeep arbeitet ihr noch einer oder was ich hätte mal ein paar fragen zu diesen etablisse mohr wird gefällt mir nicht so was ist hier unten versteckte hier mach her komm lass gut sein ach so deswegen müssen wir fliegen sogar mit kamera da vorne schick der bürgermeister lässt sich gut gehen ich glaube ich auch die karne tanken wäre schon ätzend also ich hoffe nicht was ist denn das für ein kleines häuschen ich würde ja mal ankloppen kann ich hier mal vorbei kommen nicht mal die kleinen stufen hallo erst muss das haus gekauft werden wieso wohnt hier nicht eh nur hallo hallo ja mal reingucken man wie spät haben wir denn das Dann gehen wir noch ein paar Burger grillen. Mal kurz über den rüber gerutscht. Aber er ist einfach weitergefahren, no problemo, er hat einfach weiter Yasi gemacht und die macht die wieder Sport. Wunderbar. Ja, die nächste wieder unter der Dusche. So sag ich mal her, kann ich mir hier noch ein paar Burger machen? Ich hab nämlich voll Hunger. Mal her. Jetzt wird gegrillt. Was sagt denn der Bürgermeister, dass du dein Auto ausgeliehen hast? Ja, das ist ja das Gute. Er weiß es nicht. Er denkt, das war seine Tochter. Und nur darauf kommt's an. Ich werd jetzt erstmal noch ein paar Burger grillen. Burger! Yeah! Oh Burger! Yeah! Oh so viele Burger! Könnt ihr jetzt nen Burger essen? Burger fertig. Zack. Machen wir noch ihn. Ihn können wir noch machen. Schöner, guter Burger. Zack. Wunderbar. Wer liegt denn da eigentlich in der Hängematte? Komm mal raus hier! Ich dachte, die schläft. So, wie spät haben wir's? 17 Uhr. Wir können ja bis 19 Uhr pennen oder so. Dann werd ich mich nochmal an deinem Wasserfall duschen. Und... So, komm mal ran hier. Und dann fahren wir los. Ins Hotel. Oh Scheiße, ist ja schon 19 Uhr. Verdammt, das war jetzt schnell. Weg da. Die hängt mich. Die wird ihren Bürgermeister auf mich... äh ihren Vater auf mich hetzen. Jetzt aber schnell. Scheiße, 396 Dollar. Ob das reicht, um die einzuladen? Fuck. Die liegt ja... Die liegt ja immer noch auf der Straße da. Weißt du was? Paki direkt hinter dem Bus. Der fährt heute nirgendwo mehr hin. Ach du heilige Scheiße. Ich hab mir soweit schon fast gedacht, so eine Scheiße. Hallo? Hm. Ja, was denn? Wir haben uns hier lieb. Da brauchst du ja nicht so blöde kicken, Mann. Mit deinem... Sag mal... Dieses Spielen. Ich kann einfach durch die Tresen laufen. Ich lauf einfach durch die... Ich lauf durch die Blume. Mann. Ich bin auch grad durch eine Blume. Nein, war aber was anderes. So, Spaß beiseite jetzt. So, lass mich... Komm. Seitdem Rücken nachzuurteilen hätte ich... Komm, lass mich ja hier ein paar Latzhüge machen, damit hier... So, was ist hier oben? Kayleigh, bist du noch da? Ich hoffe, du bist angezogen. Kayleigh! Was machen Sachen? Kann ich die auch durchlaufen? Ja, wunderbar, natürlich. Guck mal, ich kann von dem Hotelzimmer zum anderen. Hallo? Ob das Hotelzimmer Geldabwurf wage ich zu bezweifeln? Es ist leer! Mann. Ey, komm aus der Tür! Weißt du, ich kann durch jede verdammte Möbelscheiße... Durch jede... Ey, dann häng ich an den beschissenen Türen. Jetzt spring ich hier runter. Ey, ich bin sogar durch die Decke gesprungen, kann das sein? Ey, Karaoke Kaddi! Sag mal, ich spring jetzt hier durch die... Ich muss aufpassen mit so einer Scheiße. Sonst häng ich vielleicht mit dem Kopf in der Decke und das war dann, ne? Was soll ich denn jetzt machen? Sprechen Sie mit dem Bürgermeister? Oh, jetzt kriege ich richtig Gebühren. Jetzt kriege ich richtig Zasta von dem. Die Tochter wird bestimmt zu ihm hingehen und sagen... Ey, Papi, gib dir mal 500. Ist echt ein netter Typ, ne? Ja, das kann ja keiner vorher wissen, ne? Also, ich hab's mir schon so ein bisschen gedacht. Wollte Hotel treffen und so und ich hab mir gedacht... Ha, 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 ha. Nicht mit mir. Oh, wo sind sie denn jetzt hier? Mann, ey. Oh, jetzt haben sie eine Betriebsratssitzung. Die machen mich fertig. Ich hab den Forscher bezüglich des Strandclubs zur Abstimmung gestellt. Diejenigen, die akzeptieren. Diejenigen, die nicht akzeptieren. Akzeptiert. Ah, und jetzt die Tochter, die wird bestimmt sagen... Er soll den Strand hier haben, er soll den Club besitzen. Hallo? Ist die Sitzung vorbei? Mann, ey, bin ich wieder zu spät? Was ist denn los? Was suchst du denn da unten? Was ist denn da? Ist er runtergefallen? What a day! Wir beschlossen, außerhalb der Stadt einen Beach-Club zu eröffnen. Gute Idee, Sir. Oh, Brother! Sie werden zum Beach-Club-Manager beför... Vielen Dank für Ihr Vertrauen, Herr und Meister! Geh und sieh dir den Beach-Club an! Jawohl, Sir! Ich hab's gewusst! Ich hab et gewusst! Wir haben den Beach-Club. Gehen Sie in den Beach-Club? Na logisch. Ich gehe in den Beach-Club, aber... Ich muss ja auch mit einer dicken Karre vorfahren, ne? So, zeig her. Da, jetzt wohnen wir da drinnen. Wir haben ihn. Und wir mussten nur mit der Tochter vom Bürgermeister pennen. Das ist alles. So easy. Guck mal, ey! Schon wieder! Lass mal in Ruhe! Lass mal bloß in Ruhe! Beach-Club! Jetzt zieht das Spiel nämlich erst richtig los. Gut, dann können wir jetzt auch beenden. Sorry. Falsche Taste. Und darin ist der Hörbuch mit 3541 Charakteren schon auf dem Markt. Echt? Ja, kommt bald! Was ist denn das da oben? Warum ist denn da oben links jetzt ein H? Hä? Hey, ist das schon... Wow! Was kommt hier hin? Scheißhaus oder was? Ah ja, hier kommen bestimmt die Scheißkabinen. Ne, hier ist ein Lager und so, ne? Hier geht's richtig ab. So, was machen wir jetzt? Gehen Sie zum Super-Sales-Store und kaufen Sie ein Bierfass. Ist das weit? Ne, da kann ich ja hinlaufen. Mann, Alter! Überall fliege ich durch, kann ich raus, machen, tun, durch die Wände, fliegen wie ein Geist. Hier nicht. Wäre eine gute Einschlafhilfe. Wann kommen deine Klamotten endlich auf den Markt? Was ist denn hier los? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn los mit dir? So, zeig ich mal her. Hast du ein Bierfass? 36 Dollar! Mach mal ein bisschen Rabatt! Ich komm vom Bürgermeister! Du Dussel hier Schnalle! Ich hab nischt hier gesagt. Bin sonst lieber. Ah, ja. Erstmal hochsliden hier, Alter, wie nichts. Ich flieg da einfach hoch. Zack! Junge, ich bin der Next Avenger. So, komm mal her, hier. Was ist denn mit dem Fass? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Oh, ja. Ist ja gut. Und Fass in der Hand, ne? Du kannst dich das hinstellen. Hier. Du brauchst ein Leer. Nehmen Sie ein Bierglas in die Hand. Alright. Bier in Glas füllen. Stellen Sie ein gefülltes Glas auf die Arbeitsfläche. Ach, hier. Hä? Wo? Kann ich? Hä? Ist es voll oder was? Ich... Leute. Warum ist da ein Besen drin? Mach doch mal die Besen weg, ey. Ich habe das Gefühl... Guck mal her. Ist es wieder ein Bug? Mach ich das hier drin oder? Und dann darüber? Wo ist denn jetzt das andere Glas hin? Gib doch mal das Glas her. Wieso... Wieso kann ich da kein... Ist das das falsche Glas? Nein! Jetzt hör doch mal auf, alle Gläser zu nehmen. Ich blick hier nicht durch, ne? Der füllt das Glas gar nicht. Mach doch mal da rein. Das wäre ganz schön, wenn ich es mal füllen könnte. Ich will nichts sagen, aber... Geht das Ding hier überhaupt? Was ist denn mit dir? Was ist denn? Was ist denn? Verstehe das nicht. Ich drücke die Taste. Speicher, Junge. Hast du gespeichert? Bis jetzt gespeichert? Ich habe keine Ahnung. Speichern. Überschreiben. Jo. Keine Ahnung. Versuch mal was. Sag mal. Speichern? Habe ich jetzt gespeichert? Überschreiben. Irgendwie... Du bist hier wirklich manchmal... Ich lade mal hier. Hä? Habe ich jetzt geladen? Der macht ja gar nichts mehr. Jetzt lade die Scheiße. Boah, Scheiße. Ne, wir treffen Tiffany nicht nochmal am Hotel. Ich lade kaltischerweise. Wie wäre es? Deine Ahnung. Wie wäre es? Du bist jetzt? Boah, ich würde. Dresel. Dresel-Drehmigere. Um, hier oben wegzulegen. Ander in der Himmel wieder. Der Maschle ist ein kleines Other-Drehmigere. Själ-Drehmigere. Untertitelung des ZDF für funk, 2017